Sie sind Raucher und möchten Zahnimplantate? Ja, sicher wissen Sie bereits, dass das Rauchen die Durchblutung, die Wundheilung und auch das Einheilen von Implantaten beeinträchtigt. Es gibt genug Zahnärzte, die zu ihren Patienten sagen, also erzählen Sie erst mal mit dem Rauchen auf, bevor ich Ihnen Implantate setze. Nun, ganz so streng sind wir nicht. Tatsächlich ist das Rauchen auch keine Kontraindikation. Implantate dürfen also gesetzt werden. Doch ist das Risiko von Implantatverlust natürlich deutlich erhöht. Stichwort Implantatverlust. Unsere Erfolgsquote bei Dentaprime ist sehr viel besser als im Durchschnitt. Das heißt, Implantate heilen bei uns zu fast 100 Prozent ein. Darauf sind wir stolz und das soll auch so bleiben. Darum möchten wir Sie dabei unterstützen, wenigstens während der Einheilphase eine Pause mit dem Rauchen zu machen. Sie müssen ja nicht gleich ganz aufhören. Ich habe selbst 15 Jahre lang geraucht und weiß, wie schwierig das ist. Aber machen Sie eine Pause. Wir unterstützen Sie dabei. Wenn Sie bei uns sind, in der Zahnklinik in Varna, dann können Sie ganz einfach und bequem bei unserer Partnerapotheke Leocordia Nikotinpflaster oder Nikotinspray oder Nikotinkargummi bestellen und sich in die Zahnklinik liefern lassen. Das ist auch sehr viel preiswerter als in Deutschland. Wie genau das funktioniert, das zeige ich Ihnen in diesem Video. Wir möchten Sie dazu motivieren, Ihren Dentalurlaub bei uns zu nutzen für einen gesundheitlichen Relaunch. Das ist unsere Mission. Dafür arbeiten wir. Tun Sie also nicht nur etwas Gutes für Ihre Zähne, sondern auch für Ihre Lunge und für Ihre Haut. Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Machen Sie es gut und bis demnächst.